Ahoi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Manga-bezogenen Attack on Titan Video hier auf meinem Kanal, bei dem wir heute mal über ein Thema reden, was nach dem letzten Kapitel, Kapitel 129, etwas häufiger wieder aufgekommen ist und über dieses Thema habe ich auf meinem Kanal auch so noch nicht geredet, daher lohnt es sich, das Ganze mal in Angriff zu nehmen. Es geht nämlich hier darum, wieso Titanenwandler zu Berserkern werden, nachdem sie ihre Kräfte erhalten haben. Also quasi, wenn sich Titanenwandler das erste Mal oder vielleicht auch das zweite Mal verwandeln, was wissen wir da so, wie sieht das Ganze aus und warum könnte das so sein, dass sich Titanenwandler nicht so wirklich kontrollieren können in ihrer Titanengestalt, darum geht es. In dem heutigen Video, ich werde hier wie gesagt auch Sachen aus dem Manga bzw. aus Staffel 4 mit reinpacken, ihr seid gewarnt und wir legen mit diesem Video hier direkt los. Ja Leute, wir haben im Laufe von Attack on Titan schon öfters mitbekommen, dass das Ganze bei den Titanenwandlern und ihren ersten Verwandlungen etwas sehr, sehr Kompliziertes ist und dass sie hier nicht immer wirklich die Kontrolle behalten, wenn sie sich verwandelt haben. Wir haben das auch schon anhand von mehreren Aussagen und auch von wirklich Beispielen, die wir so auch in Attack on Titan gesehen haben, bestätigt bekommen. Wir wissen zum einen natürlich auch, dass es etwas anderes gibt, nämlich sogenannte Naturtalente, was Titanenwandler angeht. Solche Naturtalente sind zum Beispiel Berthold Fuba gewesen mit seinem kolossalen Titan. Der konnte diesen direkt nach seiner ersten Verwandlung kontrollieren, war also wirklich nicht zum Berserker geworden, ist sehr ruhig geblieben, hat aber wahrscheinlich auch etwas mit der Persönlichkeit zu tun, das will ich direkt zu Beginn dieses Videos hier ansprechen, weil das auch schon mal thematisiert wurde, dass die Persönlichkeit des Titanenwandlers selbst auch mit ausschlaggebend sein könnte, ob er den Titanen sofort perfekt beherrscht oder eben nicht. Das war ja der Grund bei den Kriegern, wo wir in Staffel 4 den Flashback gesehen haben, wo die Krieger ausgewählt wurden, welchen Titanen sie bekommen und Berthold wurde für den kolossalen Titanen ausgewählt, wahrscheinlich weil man gemerkt hat, Berthold ist vom Charakter her, von seiner Art und Weise her, der dennoch am ruhigsten ist, am entspanntesten ist und somit wäre es wahrscheinlich bei ihm auch am besten gewesen, dass er den kolossalen Titanen bekommt, damit er eben kein mega krasses Chaos macht, wenn er sich das erste Mal in seinen Titanen verwandelt. Das ist aber nur eine Theorie, dass es jetzt nicht bestätigt oder so, aber da kann man auf jeden Fall so grob von ausgehen, dass deshalb die Wahl auf Berthold gefallen ist. Bei vielen anderen Titanenwandlern ist das aber offensichtlich nicht der Fall gewesen, wie wir anhand verschiedener Aussagen schon gehört haben. Eine dieser Aussagen ist ganz frisch und das ist eben die Aussage von Peak gewesen. Die hat nämlich in Kapitel 129 Falco gewarnt und zu Falco gesagt, Falco, wenn du dich das erste Mal verwandelst, ist es nicht leicht, die Kontrolle über den Titanen zu behalten. Und das ist etwas, was uns ja eigentlich nicht hätte verwundern sollen. Viele haben das auch schon als, ja, Gedanken gehabt. Als es darum ging, wird Falco sich überhaupt noch in den Titanen verwandeln und wenn er sich verwandelt, kann er das überhaupt kontrollieren, wie wird das Ganze ablaufen. Denn wir hatten bis zu dem Zeitpunkt erst ein anderes Beispiel wirklich gesehen, bei dem wir wussten, okay, der hat das Ganze nicht so unter Kontrolle gehabt. Über dieses Beispiel reden wir jetzt auch als erstes und hier dreht es sich natürlich um Eren Jäger. Und Eren ist ein sehr, sehr gutes Beispiel und ein Beispiel, was auch zeigt, dass es an und für sich keine Rolle spielt, wie lange du schon eine Titanenkraft hast, sondern dass es eher eine Rolle spielt, du verwandelst dich das erste Mal und kannst das Ding nicht kontrollieren. Egal, wie lange du deine Titanenkraft schon vorher gehabt hast. Denn Eren Jäger hat zum Zeitpunkt, wo er sich in seinen Attack Titan das erste Mal verwandelt hat, hat er seine Kraft schon fucking fünf Jahre gehabt, Leute. Fünf Jahre lang ist er eigentlich schon Titanenwandler gewesen, hat er sich aber bis zu diesem Zeitpunkt noch kein einziges Mal verwandelt gehabt. Wir erinnern uns an die Szene mit dem Santa Claus Titan, wo Eren sich dann verwandelt hat und sein Titan quasi aus dem Santa Claus Titan rausgerissen ist. Das war die erste Verwandlung von Eren in seinen Titanenwandler, also in seinen Attack Titan. Natürlich hat er sich vorher schon mal in einen hirnlosen Titan verwandelt, aber das zählt ja sowieso nicht, weil die kann man nicht kontrollieren, egal wie sehr man es versucht. Und in diesem Moment, wo sich Eren verwandelt hatte, war er absolut nicht unter Kontrolle. Das mag im ersten Moment vielleicht so scheinen, weil bei seiner ersten Verwandlung hat er scheinbar keine Menschen angegriffen. Aber, hier kommt ein ganz, ganz großes Aber und ich glaube, das sollten wir hier in die ganze Argumentation mit reinnehmen. Ich glaube, der Wille oder das Ziel, was ein Titanenwandler hat bei seiner ersten Verwandlung, ist ganz essentiell, was er dann macht. Denn Eren hat bei seiner ersten Verwandlung das Ziel gehabt, dass er eben alle Titanen auslöschen will, dass er die Titanen töten will und deshalb ist Eren in seiner Titanengestalt dann auch einfach mal ganz radikal auf alle hirnlosen Titanen gegangen, die so in der Umgebung waren. Er hat Menschen komplett ignoriert, er hat niemand anderen angegriffen. Gut, vielleicht könnte man sagen, er hat sie übersehen oder hätte sie vielleicht aus Versehen plattgetrampelt, so als Kollateralschaden. Aber Eren hat nicht wirklich fixiert Menschen als Ziel gehabt, sondern er hat sich nur auf die hirnlosen Titanen konzentriert, weil das sein Wille war, sein Ziel war in dem Moment, als er sich verwandelt hat und dann eben bei seiner ersten Verwandlung die Kontrolle über seinen Titanen auch nicht gehabt hat. Natürlich, wir haben auch noch die zweite Verwandlung von Eren gehabt, die zweite Verwandlung, in der er dann den riesigen Stein tragen sollte und damit das Loch in der Mauer schließen sollte. Da hat er natürlich seinen Titanen auch nicht sofort unter Kontrolle gehabt und dieses Mal, obwohl er sich ja das zweite Mal verwandelt hat und eben obwohl er ein festes Ziel vor Augen hatte und ihm bewusst war, dass er ein Titanenwandler gewesen ist. Dass das keine Rolle spielt, dass einem bewusst ist, dass man ein Titanenwander ist, haben wir am Beispiel von Falco, worüber wir gleich noch reden, ja sowieso schon bestätigt bekommen. Wie gesagt, sollte Eren bei seiner zweiten Verwandlung den Stein tragen und hat das ja auch am Anfang nicht getan. Das heißt, er war immer noch nicht wirklich in der Lage, seinen Titanen wirklich komplett zu kontrollieren, da er einfach mal fucking Mikasa töten wollte, als diese vor ihm war und ihm sagen wollte, Eren, du musst den Stein tragen und dabei hat sich Eren ja selber noch in die Fresse geschlagen, in seiner Titanengestalt und war dann erstmal so ein bisschen ausgenockt. Später hat Armin es natürlich hingekriegt, hier Eren wieder ein bisschen aufzuwecken und dann hat Eren auch sein Ziel erledigt. Er hat den Stein dann getragen und damit die Mauer versiegelt und ab diesem Zeitpunkt war Eren auch in der Lage, seinen Titanen zu kontrollieren. Das war ab diesem Punkt so gegeben. Klar, er hat hier und da vielleicht noch ein bisschen Berserker-mäßig gewirkt, aber Eren war ab diesem Punkt eigentlich immer sehr bewusst, dass er gerade in seinem Titanen ist und dass er gerade mit seinem Titanen kämpft. Schauen wir uns das Ganze jetzt auch mal bei Falco an. Das ist ja unser neuestes und frischestes Beispiel, was wir hier im Puncto Titanenwanderer und der ersten Verwandlung haben. Hier haben wir natürlich auch die Warnung von Peek gehabt in derselben Szene und Falco war sehr wohl bewusst, dass er sich jetzt hier gleich in einen Titanen verwandelt. Das heißt, er war jetzt nicht irgendwie unwissend, dass er kein Titanenwanderer ist wie Eren bei seiner ersten Verwandlung, sondern ihm ist das ganz, ganz klar gewesen und Falco hat ja auch sich selbst bewusst verletzt und hat sich ein Ziel gesetzt. Falcos Ziel war in diesem Moment aber, die Jägeristen zu tönen. Er wollte die Jägeristen tönen, er wollte seinen Kameraden helfen und das hat Falco dann bei seiner Verwandlung auch getan. Er hat gesehen, oh, jetzt ist die Kacke hier richtig am Dampfen. Rainer und Anni, die werden wahrscheinlich hier sterben, wenn jetzt nichts passiert. Und so hat er sich dann verwandelt und bei seiner Verwandlung hat er dann auch getan, was sein Ziel war. Er hat nämlich als allererstes die ganzen Jägeristen getötet und das auch auf eine sehr heftige Art und Weise. Und da freue ich mich wirklich drauf, wie das Ganze in Staffel 4 aussehen wird. Aber als dann die Jägeristen alle tot waren und Falco in seiner Titangestalt noch fit war, gab es ein Problem. Er war eben noch nicht ausgepowert und ist dann einfach Amok gelaufen und hat dann einfach auch andere angegriffen, die eben keine Jägeristen waren. Ganz besonders hier natürlich Pieck, die in ihrer Titangestalt auch einfach mal das größte Ziel war, was er so noch vor Augen hatte. Und er hätte Pieck sogar schon fast umgebracht. Aber das konnte dann zum Glück von Theo, Magath und Pieck, die dann hier so eine kleine Teamarbeit gemacht haben, verhindert werden. Das ist wie gesagt ganz interessant, dass Falco das wusste, dass er sich verwandelt und dass er sein Ziel, was er auch vor Augen hatte, erledigt hat, aber danach trotzdem weiter Amok gelaufen ist. Wieso könnte das jetzt aber so sein? Das ist eine sehr, sehr gute Frage und eine Frage, die sich natürlich viele fragen werden. Ich habe es schon vorhin so ein bisschen angeteast, so ein bisschen versucht, ein bisschen zu entschlüsseln, nämlich die Sache mit dem Charakter selbst. Wie gefasst ist vielleicht auch ein Titanenwandler? Wie bewusst, selbstbewusst, stabil vielleicht auch ist ein Titanenwandler bei seiner Verwandlung in dem Moment, wo er sich verwandelt? Sind Eren und Falco einfach noch nicht so stabil gewesen, wie zum Beispiel Berthold bei seiner ersten Verwandlung? Das ist eine Möglichkeit, die hier besteht. Es könnte aber natürlich auch einfach sein, dass es einfach prinzipiell bei gewissen Titanen schwieriger ist, diese zu kontrollieren. Es könnte also sein, dass der kolossale Titan einfach einfacher ist zu kontrollieren. Das heißt, dass zum Beispiel auch Armin sofort bei seiner ersten Verwandlung den Titan kontrollieren konnte. Das ist eine Möglichkeit, bei der wir aber keine Bestätigung haben, dass andere Titanen, wie zum Beispiel der Attack Titan oder der Kiefer Titan, einfach ein bisschen wilder sind, ein bisschen unkontrollierbarer sind und dass man da nicht so wirklich den Verstand behält, wenn man sich hier das erste Mal verwandelt. Das ist eine Möglichkeit, die wir auch nicht ausschließen können. Und da würde ich sogar sagen, dass das gar nicht so unwahrscheinlich ist, da eben der kolossale Titan selbst ein sehr ruhiger Titan ist. Dass ein Titan ist, der sehr gemächlich agiert, sage ich jetzt mal so, der nur langsam vorankommt, könnte es wirklich sein, dass sich das auch auf die Kontrolle auswirkt, dass der kolossale Titan gar nicht so wild umherspringen kann, umherrasen kann, wie es andere Titanen-Kräfte eben machen. Das können wir hier nicht ausschließen. Aber das sind eben die einzigen drei Beispiele, die wir hier haben. Mit Falco und Eren, die eben am Mock gelaufen sind, und mit Berthold, bei dem wir die Bestätigung haben von Theo Magath, dass der einfach seinen Titan sofort mega gut kontrollieren konnte. Aber anhand von Peaks Aussage können wir eigentlich davon ausgehen, dass es prinzipiell jedem Titanenwandler in der Regel schwierig fällt, seinen Titanen bei der ersten Verwandlung zu kontrollieren. Ich bin jetzt aber auch mal offen für eure Meinung und was ihr zu der ganzen Thematik hier sagt. Ich finde das nämlich äußerst interessant, anhand dessen, dass wir eben verschiedene Beispiele jetzt schon hatten und dass wir das auch anhand von Peaks gehört haben, was das hier für Komplikationen geben kann. Ob wir da noch mehr zu erfahren, glaube ich nicht. Vielleicht ganz kurz im Kapitel 130, nachdem darüber gesprochen wird, was bei Falco war. Bin auch gespannt, ob Falco bei seiner zweiten Verwandlung dann seinen Titan kontrollieren kann. Und woran es auch vor allem liegt, dass man dann irgendwann seinen Titan kontrollieren kann, hat es nur damit zu tun, dass man sich bewusster ist in seinem Titan, dass man gerade in seinem Titan ist, oder dass man das Bewusstsein in seinem Titan nicht verliert und dadurch der Titan einfach Amok läuft. All das sind Möglichkeiten, die hier offen stehen, bei denen ich auch mal euch fragen will, was denkt ihr darüber? Schreibt mir eure kreativen Ideen dazu gerne mal in die Kommentare. Vielleicht kann ich in einem anderen Video das Ganze nochmal besprechen, bei dem es vielleicht nochmal thematisiert wird. Vielleicht sogar auch in der nächsten Kapitel-Review. Eure Meinung dazu, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare. Lasst uns über das Thema weiter sprechen. Und ja, es würde mich auch freuen, wenn ihr das Ganze hier mit einem Daumen nach oben supportet und auch kostenlos abonniert, falls ihr das nicht schon getan haben solltet. Meine sozialen Medien, Twitter, Instagram, Discord und Twitch, die findet ihr alle unten in der Videobeschreibung und ihr könnt auch gerne noch Kanalmitglieder werden und mich mit einem kleinen Betrag supporten. Ich wünsche euch jetzt wie immer noch einen wunderschönen Tag. Ich sage tschau und tschüss und hoffe, wir sehen oder hören uns spätestens im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.